Hier sind wir jetzt auf Deck 8. Hier gibt es den Wohlfüll durch Wasser. Hier im Zimmer hat man eine Karaffe, da kann man sich hier Wasser, immer in einem Aufzuchtbereich ist das immer, kann man sich holen und kann es mit aufs Zimmer nehmen. Das ist natürlich sehr schön, braucht man da auch nichts zu bezahlen. Hier hat man dann immer frische Becher und benutzte Becher. Entweder man trinkt es direkt hier oder man füllt es auf und nimmt es mit aufs Zimmer.